Guten Morgen liebe Kinderfreunde, ich bin Basler, ich habe ein Bauer, Ausli. Ich vernichte das Kraut meiner Speisekartoffeln, die Sorte Victoria und Agria. Und gleichzeitig zum Abbrennen der Schrauben, dann nehme ich nach dem Kraukäulenschutz, nach dem Prinzip Ibiza dazu, das braucht es, bis das Kraut nicht tot ist, muss da ein Kraukäulenschutz aufrechterhalten werden. Dazu nehme ich Ibiza und die Quark zum Abbrennen der Schrauben. Ein schöner Freitagmorgen, übrigens ab heute drei Tage Dorffest Erzigen, kommt doch auch heute Abend höchst die dritte. Würde ich dir sehr empfehlen, wenn du Zeit findest. Ja, und ich spritze nach Empfehlung, Beratung, Spritzmittelberater und er hat mir empfohlen, am Morgen früh ins Tau zu spritzen, damit die Quark den Kartoffeln nicht Wasser entzieht und diese Flecken braune Schale geben kann. Und ich dosiere auch nur schwach, aber dafür zwei Mal spritze ich. Und das zweite Mal im Abstand kommt vielleicht in fünf Tagen, je nachdem wie das Wetter ist. und dort wird nachher dosiert, je nachdem wie gut die Stauden abgestorben sind, mehr oder weniger Mittel. Ja, und hier zeige ich euch noch meine Gründüngungssaat, Faseliasaat. Macht mir Freude, kommt sehr schön. Ja, da kommen dann nächstes Jahr vier Hektaren Kartoffeln hin. Fluglos natürlich wieder. Fluglos bei Schichter Fluglos 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 Schnell sofort im Kaffee ein paar Kürschen bis Senna auszubringen.